Nach dem Krieg war es so, die sind am 10. Mai nach Ludnersdorf gekommen, die Partisanen. Zuerst waren sie woanders in Klagenfurt und überall nach Ludnersdorf sind sie am 10. und haben dort beim Angriff, wo die Polizei war, die Gendarmerie, haben sie sich dann links dort einquartiert. Und wir haben den Auftrag gehabt, ein bisschen sammeln zum Essen, aber auf einmal war Essen genug da. Einer hat einen halben Focken gebracht, der andere hat fünf Hirner gebracht, der andere hat, ich weiß nicht, wie viel Brot gebracht, Eier, so viel, dass wir nachher zuletzt nicht gewusst haben, wohin mit dem. Und dann hat es geheißen, ja wir sind ja alle, doch gut, dass wir alle Slowenen sind. Und dabei waren lauter so eine, die noch Angst gehabt haben, dass die Partisanen sich noch nicht was machen und sich als Slowenen ausgegeben haben. Und das war aber bis 20. Am 20. haben sie müssen aber Befehl kommen, dass sie wieder abrissen müssen, sich zurückziehen müssen über die Grenze. Und das war nachher wieder unser Pech eigentlich. Mit dem haben wir unsere Dings verloren, unseren Rückgrat. Weil die Partisanen waren ja in der gleichen wie die Engländer oder einer unerkannte Wehrmacht. Und dieser Wehrmacht haben wir eigentlich dazugehört. Und dann war er halt ein bisschen anders, ja. Und jetzt hast du vorlieger Fortsetzung zum Knüern. Ein bisschen mehr Schade, ein bisschen mehr Schade. Dass Du, wie esplanative Reinhardt ist.